Hallo zusammen, heute gibt es wieder ein neues Video zum Thema Elektromobilität, diesmal mit dem Matthias. Hallo Matthias. Hallo Maggie, grüß dich. Sag mal, was gibt es denn für Gründe, die für ein Elektro-LKW sprechen? Warum sollte ich mir heute schon einen kaufen? Da gibt es schon einige Gründe. Der wichtigste ist, dass der Elektro-LKW von Volvo keine CO2-Emissionen im Fahrbetrieb emittiert. Und ein weiterer wichtiger Grund ist die Lärmarmut. Es wird deutlich leiser auf den Straßen. Du kannst mit dem Auto in der Stadt fahren, nachts, kannst Waren ausliefern und hast so keine Störung der Bürger und bist damit auf einem guten Weg zu einer Verbesserung der Umwelt. Ja, das sind die ökologischen Vorteile. Jetzt gibt es ja sicherlich auch noch wirtschaftliche Vorteile. Kannst du da mehr dazu sagen? Ja, für den Unternehmer muss neben den ökologischen Vorteilen und ökologischen Argumenten das Ganze sich auch wirtschaftlich rechnen. Und da gibt es natürlich neben der Mautbefreiung, der Kfz-Steuerbefreiung und dass man keinen Diesel mehr braucht, auch die Möglichkeit der Förderung durch den Bund. 80 Prozent der Differenz zwischen Diesel und Elektro-LKW werden vom Bund gefördert. Und das Gesamtpaket ergibt dann natürlich auch einen wirtschaftlichen Business Case, der sich absolut rechnet und damit das Elektroauto auch wirtschaftlich interessant macht als Alternative zum Diesel-LKW. Ja super, das sind ja einige Vorteile. Vielen Dank dafür, Matthias. So und wenn ihr keins unserer weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert unbedingt unseren YouTube-Kanal. Und falls ihr Fragen habt, die ihr gerne in einem weiteren Video beantwortet haben möchtet, schreibt uns einfach eine E-Mail. Vielen Dank.